Sie biegen, dehnen und strecken ihren Körper in, sagen wir mal, von außen betrachtet, eher seltsam anmutenden Posen. Die Rede ist von Teilnehmern beim Yoga. Die jahrtausendealte indische Lehre ist längst auch bei uns angekommen. Die Körperübungen dienen vor allem dazu, die Beweglichkeit und Haltung zu verbessern und um Stress abzubauen. Auch die zwei Teilnehmer, die mir jetzt gleich vorstellen werden, machen Yoga aus ganz bestimmten Gründen. Das hier nennt sich so, wie es aussieht, der herabschauende Hund. Eine Halteübung beim Yoga, Asana genannt. Es ist Freitagabend. Wir sind heute beim Yoga-Unterricht in Ravensburg und wollen wissen, was hat in diesem Fall der Hund eigentlich mit Bluthochdruck und Stressabbau zu tun? Dazu treffen wir uns vorab mit zwei Teilnehmern, Ursula Belly-Schilling und Daniel Milz. Ursula ist in leitender Position bei einem diakonischen Träger. Ein Beruf, der ihr viel abverlangt. Die Tätigkeit von mir ist sehr interessant, macht mir sehr viel Spaß, aber die ist natürlich auch sehr anspruchsvoll, zeitlich gesehen, aber natürlich auch inhaltlich. Ich bin für strategische Planungen zum Beispiel zuständig. Ich muss Entscheidungen treffen, ich habe eine hohe wirtschaftliche und personelle Verantwortung für einige hundert Mitarbeiter. Und insofern ist es ja ein Beruf, in dem es wichtig ist, auch immer wieder zu sich zu kommen, Ruhe zu finden, abschalten zu können. Auch Daniel geht es dabei um Ruhe, allerdings eher in körperlicher Hinsicht. Ich habe Yoga für mich entdeckt, weil ich vom Prinzip her einen relativ hohen Blutdruck habe. Der ist auch genetisch bedingt, weil mein Cholesterinspiegel etwas hoch ist. Ich mache zwar viel Sport, also Ausdauersport, Jogging, viel Fitnessstudio, im Sommer Fahrradfahren, aber gerade durch den Yoga bekomme ich den Blutdruck noch richtig in den Griff, weil ich mich so richtig mit mir selber beschäftige und da auch richtig zur Ruhe komme. Das heißt, durch die tiefen Entspannungsübungen, gerade die Meditationsübungen am Schluss, bekomme ich dann den Blutdruck einfach noch besser in den Griff. Zurück zum Hund. Diese Asana steht beispielhaft für viele und verdeutlicht, um was es bei der praktischen Ausführung von Yoga geht. Bewusste Bewegung, bewusst atmen, bewusst meditieren. Durch diese spezielle Kombination entfaltet Yoga seine Wirkung. Das Positive ist, dass Yoga aufs ganze Prinzip wirkt. Dass wir zum einen den Körper natürlich bewegen in einem dynamischen Yoga und geschmeidig und flexibel und kraftvoll halten. Und zum anderen haben wir auch auf Körper- und Geisteinwirkungen. Also wir haben das beruhigende Element. Zahlreiche Studien bestätigen inzwischen, dass Yoga Blutdruck und Blutzuckerwerte senkt, Rückenprobleme verbessert, Schmerzen lindert und allgemein wohltuend auf die Psyche wirkt. Die Übungen wechseln ab zwischen Anspannung und Entspannung. Die Lehrerin leitet die Teilnehmer an, prüft die richtige Ausführung. Demütig sein, komm, gib alles. Kinn ist auf der Brust, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, komm vor in die schiefe Ebene, die Schultern gehen über die Handgelenke. Schultern ziehen zurück, Nabel hält auf. Ausatmen, komm runter, erst die Knie, dann die Brust und dann das Kinn. Super, jetzt hast du es. Einatmen, schlängel dich nach vorne und nach oben. Schambein liegt auf der Matte ab, Herz macht auf, super. Ausatmen, stell die Zehenspitzen auf, Gesäß auf die Fersen und streck dann die Beine herab. Beim Yoga geht es nicht um Leistung, aber... Man sollte wissen, dass man sich beim Yoga verletzen kann. Und es wird auch teilweise ja auch schon geschrieben, aber es ist wichtig, dass Menschen zunächst, wenn sie beginnen, angeleitet Yoga praktizieren. Dass sie gerade, wenn sie anfangen, dass sich keine Fehler einschleichen alleine, die dann vielleicht sogar kontraproduktiv sind. Und dass man sehr achtsam mit dem Körper umgeht. Ihr könnt zurück in den herabschauenden Hund gehen. Das ist übrigens eine sehr kraftvolle Übung, der herabschauende Hund. Die Anstrengung merkt man den Yogis an. Zusammen mit den tiefen Seufzern und den Mantras entsteht eine besondere Atmosphäre. Nach über einer Stunde begeben sich die erschöpften Teilnehmer in die Ruhehaltung, genannt Shavasana. Die Spannung weicht. Und so haben Ursula und Daniel den Unterricht erlebt. Ja, also man hat das Gefühl, man hat sich jetzt ausgepowert, hat seinen Sport gemacht, aber trotzdem am Schluss die Entspannung gehabt in der Meditationsübung. Und ja, also ich bin völlig runtergekommen, völlig relaxed und in dem Fall kann es ins Wochenende gehen. Ja, ich fühle mich auch sehr entspannt, fühle mich richtig wohl und habe auch das Gefühl, jetzt bin ich wieder bei mir. Also manchmal geht es mir so, dass ich denke, ich habe mich verloren, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, durch diese Konzentration, Atemübungen und körperliche Übungen, bin ich wieder ganz bei mir angekommen. Ob es nun darum geht, den Blutdruck zu senken oder die innere Ruhe zu finden, Yoga vereinigt Körper, Geist und Seele. Ram Das Guru, Ram Das Guru, Ram Das Guru, Ram Das Guru, Satchi Sahi Ram Das Guru, Ram Das Guru, Ram Das Guru, Ram Das Guru, Satchi Sahi